Musik Herzlich Willkommen Kryptofreunde Ihr habt gerade einen Battle of Lumia Teaser gesehen. Ein weiteres Play to Earn Game, das noch ganz am Anfang steht. Das Projekt sieht richtig interessant aus und deswegen möchte ich euch es heute vorstellen. Wenn ihr keine Kryptovideos mehr verpassen möchtet über Play to Earn Games, NFTs oder allgemein auch Krypto News, abonniert meinen YouTube Kanal. Ich kann euren Support gut gebrauchen. Außerdem würde ich mich freuen, wenn ihr mal in einem Discord Server beitretet. Hier tauschen wir uns über verschiedene Krypto Projekte aus und ihr könnt mir natürlich auch hier gerne verschiedene Projekte vorstellen. Ich schaue mir das dann auch mal für euch an und vielleicht mache ich dann auch ein Video dazu. Aber jetzt kommen wir mal zu Battle of Lumia. Ich bin jetzt hier auf der Twitter Seite von Battle of Lumia. Wir haben gerade mal 1578 Follower. Wir befinden uns aber auch noch wirklich komplett am Anfang. Ihr wisst ja, je früher desto besser letztendlich. Ich möchte euch zuallererst mal so ein paar Ausschnitte von dem Twitter Profil zeigen. Grafisch sind diese NFTs richtig schön gemacht, finde ich. Hier können wir jetzt auch mal so einen kleinen Ausschnitt sehen. Hier können wir jetzt mal so einen Legendary NFT sehen. Also sieht echt gut aus. Mir gefällt es. Aber schauen wir uns mal zuallererst die Webseite an. Ich muss es schon mal vorweg nehmen. Da wir hier noch so extrem früh dabei sind, steht bei vielen Reitern hier noch Coming Soon. Also der Marketplace zum Beispiel ist noch nicht raus. Der Token logischerweise sowieso noch nicht. Also eigentlich steht wirklich noch fast überall Coming Soon dabei. Im Whitepaper können wir aber trotzdem auch schon mal einiges rauslesen. Ich bin auch hier in Kontakt mit einem Mitglied aus dem Discord. Und dadurch habt ihr jetzt die Möglichkeit, einen von fünf Whitelistplätzen für dieses Game zu gewinnen. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist, liked mein Video und schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr eben an so einem Whitelistplatz interessiert seid. Ich werde dann einfach per Zufallsprinzip, wenn es mehr als fünf Leute sind, auswählen. Und vielleicht können wir dann ja später einfach auch mal richtig profitieren davon, weil wir eben zu früh dabei sind. Hier können wir jetzt mal so eine Beschreibung der Spielweise dieses Games sehen. In Battle of Lumia wird man eben aufregende 5 gegen 5 Kämpfe spielen können. Man wird versuchen, die feindliche Basis zu zerstören. Dafür muss man sich dann letztendlich mit Gegenständen ausstatten, die man während des Spiels kaufen kann. Auf der Karte werden dann einige Monster auch verteilt sein, die man besiegen muss. Und eines dieser Monster, also das ist dann auch das Stärkste, ist dann hier eben dieser Ares-Drache. Und wenn du den dann besiegst, wird ein Teil seiner Macht dir gehören. So wird es hier beschrieben. Darunter können wir uns jetzt natürlich zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht wirklich viel darunter vorstellen. Um an Schlachten teilnehmen zu können, benötigt man einen NFT-Krieger. Und es gibt auch sechs verschiedene Rollen dann dieser NFTs. Tank, Fighter, Marksman und so weiter. Dann wird es natürlich auch in diesem NFT-Game einen eigenen Governance-Token geben. Dieser Token wird sich Loose nennen. Und einen eigenen Marktplatz wird es eben auch geben. Das ist natürlich immer sehr positiv, wenn man dann letztendlich auf der eigenen Webseite auch mit seinen NFTs handeln kann. Man würde die NFTs hier kaufen und verkaufen können, also ganz üblich. Aber auch das Staking vom eigenen Loose-Token wird hier möglich sein. Scheinbar wird man aber auch hier die NFT staken können. Und dadurch dann wahrscheinlich auch den Loose-Token wieder verdienen. Das ist auch ein sehr interessantes Modell. Kenne ich zum Beispiel auch von Block-Monsters. Also klingt auf jeden Fall echt richtig interessant. Dann können wir uns jetzt hier mal eben diese verschiedenen Rollen anschauen. Es gibt einmal die Rolle Panzer. Die sieht dann eben so aus als NFT. Dann gibt es den Kämpfer. Den sehen wir hier. Den Schützen. Hier mit Scharfschützengewehr. Sieht auch richtig cool aus, finde ich. Den Attentäter. Den Fänen. Und den Magier. Jeder dieser NFTs hat dann natürlich auch verschiedene Fähigkeiten. Der Magier hier zum Beispiel hat eine große Reichweite. Damit kann er den Feind auf Distanz halten. Lest euch das einfach selber nochmal in Ruhe durch, wenn euch das Game interessiert. Dann können wir jetzt hier mal auf der Webseite so ein bisschen rumspielen. Wir können beispielsweise mal hier die Kopfbedeckung ändern. Dann können wir den Gesichtsausdruck ändern. Aha. Hier kann man auch die Flügel ändern zum Beispiel. Und scheinbar haben jetzt hier auch diese Körperteile oder auch jetzt hier wie zum Beispiel diese Kette oder der Gesichtsausdruck verschiedene Seltenheitsstufen. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel, diese Füße sind jetzt hier selten, also rare. Diese Füße hier sind zum Beispiel episch. Also ja, es wird auch hier auf jeden Fall verschiedene Seltenheitsstufen geben. Dann wird es ein eigenes Rangsystem geben. Wir sehen jetzt hier Bronze, Silber, Gold, Epos, Mystiker und Legendär. Das sind eben diese sechs Stufen dieses Rangsystems. Und je mehr Punkte ihr dann letztendlich in diesem Rangsystem erhaltet, desto höher wird dann am Ende auch eure Belohnung sein. Klingt auch echt cool. Dann können wir uns jetzt hier mal eben die Roadmap anschauen. Wir befinden uns noch komplett am Anfang. Das ist jetzt hier in verschiedene Meilensteine hinterlegt. Wir befinden uns auf jeden Fall noch bei Milestone 1. Es ist ja noch nicht mal der Marketplace gelauncht. Ich habe mir sagen lassen, dass der NFT-Sale für Q2 2022 geplant ist. Also gar nicht mehr so weit hin. Danach wird dann eben der Token-Presale kommen. Der Token-Public-Sale wird kommen. Für den Token-Presale wird man dann wahrscheinlich auch eben eine Whitelist brauchen. Danach kommt dann eben das Staking. Bei Milestone 4 sehen wir jetzt hier eben auch, dass das Land-Gameplay da geplant ist. Also hier wird auf jeden Fall noch einiges kommen. Ich bin echt gespannt. Wir springen jetzt auch mal noch hier ins Whitepaper. Was ich noch nicht erwähnt habe, dieses Game wird auf dem Ethereum-Netzwerk laufen. Das ist natürlich auch immer eine wichtige Information. Ziel des Teams ist es hier einfach auch wirklich sich im Krypto-Bereich auch festzusetzen. Man möchte für Qualität stehen. Also die Leute, die dieses Game auch spielen, die sollen dann letztendlich auch wirklich Spaß dabei haben und nicht einfach nur Geld verdienen wollen. Mit diesen einzigartigen NFTs soll dann eben letztendlich auch Interesse geweckt werden natürlich. Ein weiterer sehr interessanter Punkt bei Battle of Lumia ist, dass man dieses Game eben auch kostenlos spielen können wird. Man wird hier einen kostenlosen Krieger erhalten. Der kann dann natürlich nicht auf dem Marketplace verkauft werden, das ist ja klar. Aber ihr könnt dann eben damit spielen. Da das Game ja eben auch nicht nur zum Geld verdienen da sein soll, sondern auch eben zum Spaß haben, kann das echt eine coole Variante auch sein, da noch mehr Leute anzulocken. Vielleicht startet man auch einfach mal kostenlos, wenn man Interesse an diesem Game hat. Und wenn es einem gefällt, ist man dann vielleicht auch eher bereit dazu, nochmal Geld in die Hand zu nehmen. Ihr werdet dann eben aber auch mit diesem kostenlosen NFT Geld verdienen können. Natürlich wird man das wahrscheinlich nicht vergleichen können, wie wenn ihr auch wirklich investiert habt. Aber ihr werdet die Möglichkeit haben, dann hier kostenlos einfach nur durch eure Zeit hier Geld zu verdienen. Das ist meiner Meinung nach wirklich ein richtig, richtig positiver Aspekt dieses Games. Gefällt mir echt gut, weil auch mal einfach Leute mit einem kleineren Geldbeutel hier wirklich auch Spaß haben können. Und eben logischerweise auch noch ein bisschen was dazu verdienen können. Im Whitepaper gibt es hier auch noch so FAQs. Dazu muss man jetzt aber auch sagen, dass viele Antworten jetzt hier noch nicht hinterlegt sind. Das Spiel ist einfach noch extrem am Anfang, gebt hier noch ein bisschen Zeit. Wir können auch im Discord gerne darüber öfter mal noch sprechen. Oder tretet natürlich auch gerne dem offiziellen Discord von Battle of Lumia bei. Hier werden dann logischerweise auch noch einige Infos dann uns mitgeteilt. Beispielsweise ist es ja auch sehr wichtig, was diese NFTs letztendlich eigentlich kosten werden. Wann der Pre-Sale stattfinden wird und so weiter. Also das wird auf jeden Fall alles noch kommen. Auch die Tokenomics und so weiter fehlen jetzt hier noch. Ich habe auch leider noch keine Informationen zum Team für euch. Aber ich hoffe, dass ich hier auf jeden Fall noch ein paar Informationen mir holen kann. Und werde euch dann natürlich auch gerne weiterhin davon berichten. Wenn ich mehr Infos habe, teile ich es euch gerne mit. Damit sind wir auch schon wieder am Ende des heutigen Videos. Ich danke euch fürs Zuschauen, Leute. Lasst mir eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns im morgigen Video. Ciao.